Der Kunstpreis kann nämlich zeigen, wie viele kreative Künstlerinnen und Künstler wir hier in Salzburg haben. Junge, aber auch Arrivierte wie unser großer Preisträger heuer, nämlich Bodo Hell als Literat, als Autor, aber auch unsere Stipendiaten für die verschiedenen Bereiche, die mit 10.000 Euro doch eine gute Unterstützung kriegen, um ein Jahr frei zu arbeiten. Untertitelung des ZDF, 2020